Und das, wo ich uns jetzt hinfahre, ist ein Compound am Ende dieser Ebene, sag ich mal. Oh! Diesen hier meinte ich nicht. Ich hab ihn gefunden. Nicht das, was jetzt direkt vor uns ist, sondern noch einer dahinter. An der Straße ist der. Der, den wir jetzt auf 12 Uhr sehen. Ah, alles klar. Wenn du da das Auto irgendwo verstecken kannst, dann... Ja, da ist einer. Scheiße. Fahr bloß weiter. Ja! Du bist ein Compound.